So, so groß wird das Feld jetzt. Ok, wo ein Samenfeld, aber das ist egal, weil... Weil, weil... So. Na lass, das Wasser passt schon da vorne. Na, das passt dahinter. Das geht trotzdem so weit. Alter! Es laggt. Ja, brutal, ich sieh's, wie's laggt. Du kannst es da nicht platzieren. Oh, fail. Hä? Was ist jetzt, wenn gerade das, Mann? LOL! Was ist jetzt, wenn kann man den Zaun in die Luft setzen? Ich habe ja keine Ahnung. Oh, das ist ja voll geil. Vor allem, wenn klemmt er sich so auf die Sitte da vorne, schau mal. Wo? Können wir das auch? Ja, das ist ja voll geil. Das hat das auch so auch nicht gemacht. Du könntest jetzt so, so ein Gloss da unten draufstellen, dann hätt voll die geile Wandslaterne oder so. Stimmt. Man könnte auch Fakten draufstellen. Stimmt. Hey, das bauen wir heute Hütten. Hey, da muss ich mit Zaun rein in die Stellung, Mann, du. Das probier jetzt mal, wie das jetzt so geht. Auf, fällt. Failed. Da muss ich auch auf, du. LOL. Das ist schon irgendwie... kamisch aus. Ja, hast du da keinen Zaun mehr, da fällt ein Zaun punkt. Ja, ich habe keinen Zaun mehr, ich hab nur teenager, ihn wollte da geradeblematen. Ja, die sind trotzdem zu wenig. HALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL Halt die Geräusche, dann gehst du auf den Sack. 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 Nimm alles. Bauder was drauf. Wenn du mir zuf, finde ich nicht so, ob du Schrumpfkopf. Ah, du mal Dreck hier. Könnt du mehr Zaun barst. Und halt schon wieder Nacht. Komm, komm mal schlafen. Nein, Mann, ich bin nicht zu scharf. Duft so mit. Der Hund und den Dreck, Alter, wie schaut das aus, wenn du zu hinten auszukommst, Mann? So muss ich mich ausstehen und hauptsache die Viecher blieben weg. Löl. Löl. Das ist mal früher auch nicht gegangen. Mann, ich brauche noch mal einen Zaun. Komm mal Holz. Hey, hab Holz. I have Holz. Fels auf Holz. Komm jetzt ins Bett. Mehr Zaun. Hast du mich bauern, Mann? Komm. Komm zu Papi. Komm zu Papi ins Bett. Papi hat ne Überraschung für dich im Bettchen. Oh mein Gott. Ich glaube, ich bin gleich offline. Ach du Scheiße. Hast halt Dreck von der Hand, Mann. Kann mir die Handwäsche von ins Bett gehen. Ach du Scheiße. Das ist voll die Dreck ist die Überraschung. Ach du Scheiße. Jawohl, Überraschung für dich. Schau mal. Ah, er will mich auch axten. Ich will dich auch axten. Das ist ja Spitzhacken und keine Axt. Er will mich spitzhacken. Er will mich schnipseln. Ah. Ich weiss, ob du mit der Recherfrau hast. Ich pack dich weg. Ich schwör. Verschwind. Weisst du, dass ich Nuss knacken, das Teil, Mann? Ich weiss. Aha. Nein, meinen Nuss lass in Ruhe mit dem scheiss Nuss knacken. Gange jetzt ins Bett. Ich bin im Bett. Ich bin auch im Bett. Mann, du Arsch. Gange jetzt ins Bett. Na, der Start des Bettys Occupied. Und Slam was shot by a Skeleton. Lol. Hahaha, lol. Niemals. Brrm, brrm, brrm. Brrm, 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 brrm. Okay, was machen wir jetzt? Wir müssen warten, bis das scheiss Kinkert ins Feld, gell. Was machen wir während das Feld erwächst? Was ist das für unsere Expedition? Äh, ich verhunger gleich. Falten mal kurz. Na ja, jo. Okay, wir brauchen wir davon viel Holz. Holz und Sticks habe. Wir brauchen Kohle vor allem. Ich stimme Kohle. Na ja, einzige Kohle, nur mehr 15 Fakten. Wir können Holzkohle machen. Ja, mach. Aber man jetzt kann wieder Holzsacken, gerade ich. Ja. Toll, ich bin in der Höhle abbegefallen und der Hund ist dunkler und ich bin wahrscheinlich gleich dran. Ja, das ist die Höhle, bei der ich auch mal abbegefallen bin. Ganz am Anfang, wo der komischen Zom wieder... Das war, glaube ich, in Folge 1 oder so. Wo der komischen Zom wieder verschlagen wurde. Und dann mach ich... Ja, bei wieviel zur Folge sind wir jetzt? Ja, weiß doch ich nicht. Wie viele Minuten nehmen wir schon auf? Ja, fünf oder so. Ja, das glaubst du bald auch nicht. Ja, der Rest verkackt schön wieder. Nein, Mann. Wir sollten mal mit unseren Zuschauern reden, ne? Hallo, Zuschauer. Sehr gerne was. Ja, noch was. Na, erzähl was. Ja, was soll ich jetzt erzählen, ne? Ja, keine Ahnung, was wir so treiben und so. Na, das erzähl ich nicht. Ja, vielleicht, nein, Mann, was wir so tun. Vielleicht schon uns ja Blinde auch und die sagen das ja nicht. Ich... Ja, könnt ihr sie? Lol. Genau, ein Blinder schon sich, let's play Minecraft auch, am YouTube. Ja, wenn er sich verklickt hat oder so. Weißt du, das ist ein geiles Bild jetzt. Wenn der Bombe jetzt aber käme, dann einfach so grad einfach so... Weißt du, das ist dann eine Art. Ja, mein Flame kommt wieder endlos. Nein. Bisschen Fenyx-Ferde gefunden oder was? Nicht nur, nein. Ich will mal bungee jumpen oder so. Craft mal ein Gooby-Sails. Ja, ich craft jetzt Kohle. Beziehungsweise sie brennt. Brennt als Kohle. Hast du Fleisch? Hey, mein Fleisch. Hey, Mann, Lienfleisch. Haha, Lienfleisch. Gib mir mir Fleisch her, du Penner. Na, Mann, ich bin beim Verhungern. Ja, ah, ich nette. Das war meine Schnitzel. Du hast drei Stück von mir gib's her. Mhm. Warte, die fühlen voll viel, voll geil. Wie viel wollen die? Viererhalb. Okay. Ich bin wieder fast zufrieden. So. Ich bin wieder fast zufrieden. Ich bin wieder fast zufrieden. Was? Na, nein. Ich bin wieder fast zufrieden. Ja, ich bin wieder fast zufrieden. Du hättest den Punkt. Ja, du hast sie oft gesagt, ich hab sie gehört. Es war auch Holz, die muss ge Eisen und Metall. äh, Stein. Nein, schau dir das tun. Holz bekämpfen wir möchten mit Holz. Mhm, mach das mal in echt. Wollt schon, wieviel kommsch. Ach ja, jetzt hocken wir das raus. Vor allem sind das voll in den Böhmen, ein Meter mal Meter mal Meter. Du meinst ein Meter mal ein Meter mal acht Meter. Ah, der, was ich gerade gefällt habe, ist noch mal ein Meter hoch. Lol. Aber dann wäre mir ja über zwei Meter groß, ne? Na, wir sind genau zwei Meter. Seh mal, zwei Meter groß. Ja, ich bin zwei Meter, du bist nur ein Meter. Ach so. Du bist du vergelegt. Bin ja du vergelegt. Was wollt ihr denn? Sollen wir das Craft in Feld hingegangen und Kraft irgendwas, woher nicht was, wie sie da kräft. Bäume fällen macht so Spaß. Das mach ich jeden Tag. Lalalalalala. Lalalala. Habe ich auch ne Stärke dabei? Lalalala. Sing was? Hä? Sing was? Was? Ja, keine Ahnung. Ich bin scheitert. Habe ich auch ne Stärke dabei? Lalalala. Lalalala. Nur der Mann im Mond. Tschau zu. Dei Motherfucker, dai. Sing Dei Motherfucker, dai. Sing Dei Motherfucker, dai. Sing Dei Motherfucker, dai. Ah, ich hab jetzt kein Bock auf der Obe. Sing Skrillex. Skrillex sprilten übrigens die Woche Freitag in Wien, ja? Ja. 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 Das ist gar nicht so wie es wurde. Ja, das sind nur ungefähr 800 Kilometer von da. Ja. Ja, aber. Mhm. Ich fahr doch keine 800 Kilometer zum Ufo Skrillex Konzert da. Wie viel der denn? Drei. Aha. Maximum. Und auch bis nach. Bis zum Mercard. Lalal. Hast du ne Hunger, oder wer? Irgendwie schon. Ja. Ries was? Ich riecht mich. Ja. Hast gehört. Die Kischt ja da oben. Die quietscht. Dene Axt ist schwurt. Ja. Du hast sie verbrennt. Ich hab sie nicht verbrennt, ich hab sie verbrucht. Ja, das ist das Gleiche. Fick dich. Mach mal neu. Das zählt. Ja, siehst wie fleißig ich um Kohle machen bin. Uh. Du verbrennst jetzt ein ganzes Holz, Mann. Ja, zu Kohle. Ja. Ja, du hast sie verbrennt Kohle. Du gehst den Arsch jetzt also. Ja. 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 Ist ein Problem damit, hm? Ja. Willst du Stress? Willst du Schleckerei im Gesicht? Ja, du holst jetzt Nahrung. Mach das. Tu mal was sinnvolles für die Gemeinschaft. Für die Gemeinschaft, ja. Ja. Mann, bis a. Du bist nix a. Das ist ja schlecht. Mach du angel? Ja? Angel das! Juhu, nicht! die Füße Heddy Donner ist und muss werfen die Willi was angeln aber ich glaub da ist das Wasser zu seicht, der wisst nix an ja dann geh'n zu einem anderen Wasser Boah, da hat was abbissen, aber ich warte's langsam, Scheiße Du bist scheiße, geh mir die angeln, ja jetzt mal einen Fliegschutz Huu, das ist mir die angeln Ah ja, mit den Enderpearls gehen wir uns jetzt teleportieren und so Wohin? Ja, du sieh auch nicht mäßig Ohl, Toll Und was bringt uns das, ich kann mit zwei Metern teleportieren Wieso, du könntest ja voll wegwerfen Na, ich hab' nicht nix an, ich geh'n zum Strand, aber ich hab' sicher mehr Fischli Fischli, 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 Fisch Wo ist der Fisch? Er ist immer da hingegangen, wo ich hingegangen bin Wir kommen zur Mitte des Spiels Ist zwar noch lang nicht in der Mitte Boah, da hat das abbissen Ich hab' Kettensäge Ich hab' Kettensäge Ich hab' Kettensäge gegangen Fischli Fulltime-Patient, oder wie? Wie viele Fische hast du schon? Er hat mich nicht verkraftet Du wiesst voll nix, man Wir sollten vielleicht aufhören in der Wüste zu machen Ja, du sollst die Route ins Wasser werfen und nicht in die Wüste Die Route, wir für sich nicht ins Wasser wenden die Köder Ja, ich mein' ja Okay, ich schmiss die Route immer ins Wasser Okay, ich schmiss die Route immer ins Wasser Toll Vielleicht bis dann was auch Ja, ich hab' Kettensäge Ich hab' Kettensäge Ja, ich hab' Kettensäge Dann wird man genug fressen Und dann kommt man aufhören Mhm Mhm